Servus Leute, herzlich willkommen zu Touchdown, dem NFL Magazin und lange, lange, lange ist es her, dass mal wieder ein Video kommt. Ja, es gibt eine kleine Ankündigung, ich habe es jetzt irgendwie einen Monat nicht geschafft, euch das zu sagen. Ich habe einen neuen Kanal, erstmal halt, dieser Kanal wird natürlich trotzdem noch weiter bestehen. Es ist natürlich jetzt momentan, irgendwie habe ich nicht so die Motivation, über NFL zu berichten, weil einfach jeden Tag irgendwas Neues passiert und ja, das würde mir einfach zu stressig werden. Es wird auf jeden Fall so ablaufen, dass es, wenn es soweit ist, ich fange jetzt an, NFL-Fantasy-Football zu spielen, da wird es vielleicht dann was zu geben, ich will nichts versprechen, aber auf jeden Fall, sobald die NFL-Saison wieder losgeht, wird es auf diesen Channel auch wieder abgehen. Nur als kurze Überbrückung, genau, neuer Kanal, was geht ab? Und zwar habe ich jetzt einen Fitness-Channel, da mache ich auch tägliche Vlogs, also nicht täglich, ich mache halt einfach Vlogs über mein Leben, was einfach so abgeht, was auch ein paar von euch auch immer mal sehen wollten, was ich eigentlich so den ganzen Tag treibe. Und dazu kommt eben noch Fitness, Kooperation mit anderen YouTubern und ja, alles, was man halt so erlebt. Und ich werde euch das Ganze verlinken, das Ganze heißt Zotzi, also Z-O-T-Z-Y, einfach oben eingeben, dann kommt schon, oder einfach den Link in der Beschreibung. Und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr alle meine Abonnenten einfach mal ein Abo dalassen würdet, auf dem anderen Kanal jetzt, bin noch recht klein, hab 39 Abonnenten erst. Und würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal vorbeischaut und ein Abo dalassen würdet. Und es kommt auf jeden Fall sehr geiler Stoff, sehr geiler Stoff, sehr geiles Zeug. Und wie gesagt, Leute, haut rein. Wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Channel auch wieder, aber lasst doch bitte ein Abo da beim anderen. Dann würde ich sagen, Servus, bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.